Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Hundepols im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5, haben wir der Wasserablassventil, 80-160 cm x 20-30 cm. Dieser Fallpol besteht aus langlebigem PVC und ist in drei Größen erhältlich M, L und XL. Es ist sowohl für kleine als auch für große Hunde geeignet und kann im Sommer als Beanspecken oder Badewanne für therapeutische Bäder zum Beispiel bei Neurodermitis und anderen Hauterkrankungen genutzt werden. Der Hundepol verfügt über einen Rotschfisten, Kratzfistenboden, ein praktisches Wasserablassventil und ist sehr einfach zu reinigen. Der Pol ist hochwertig verarbeitet und die Nähte tadellos abgedichtet. Auch kleine Hunde können alleine ins Becken sprengen, ohne sich zu verletzen, da die Seitenwände nicht zu hoch sind. Umzug auf Nummer 4, haben wir der Popolik Winipit Hundepol Schwimmbad für Hunde. Der Winipit Pol ist in zwei Größen 120-30 cm und 160-30 cm erhältlich und besteht aus ungiftigem, umweltfreundlichem PVC. Es ist kratzfest, etwas stabil und lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen und verstauen. Es enthält ein praktisches Wasserablassventil, kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden und ist im Allgemeinen für die meisten Hunde gut bis ausgezeichnet. Der Pol ist perfekt für Hunde und Menschen zum Abkühlen und ist sehr leicht zu reinigen. Zudem vermittelt es einen guten ersten Eindruck und lässt sich in kurzer Zeit einrichten und nutzen. Auf Platz 3, haben wir der Tutsi Hundepol für große und kleine Hunde. Dieser Tutsi Hundepol besteht aus rutschfestem, umweltfreundlichem PVC, damit Ihr Hund sicher darin stehen kann. Es ist in drei Größen S, M und D erhältlich und hat ein Ja-Garantie, so dass Sie beim Kauf kein Risiko eingehen müssen. Der Pol ist von guter Qualität und lässt sich schnell auf und platzsparend zusammenklappen. Ein eingebautes Ablassventil ermöglicht es Ihnen, den Pol einfach zu reinigen und gleichzeitig Ihrem Hund frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Der Pol hält, was er verspricht und hält mit langen Krallen auch den wildesten Wasserschlachten stand. Es wird auch mit einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert, in der es bei Nichtgebrauch verpackt werden kann. Umzug auf Nummer 2, haben wir der Kerbel Hundepol, Kunststoff Hundepol. Der günstige Hundepol von Kerbel ist ideal für eine schnelle Abkühlung in den Sommermonaten und verfügt über ein praktisches Wasserablassventil, das die Reinigung zum Kinderspül macht. Es ist in drei Größen erhältlich 80-20 cm 75 Liter, 120-30 cm 255 Liter und 160-30 cm 450 Liter. Damit ist sichergestellt, dass jede Hunde so einen ausreichend großen Pol zum Schwimmen hat. Der Pol ist solide, gemütlich und einfach einzurichten und die Hunde lieben es. Es ist auch kratzfest und rutschfest, mit einer High-End-Politur für den Preis. Der einzige Nachteil ist, dass es sich nach dem Gebrauch nicht so leicht zusammenfalten lässt wie einige andere Modelle. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Bekute Hundepol Schwimmbad. Der Bekute Pol wurde zum Testsieger und damit zum besten Hundepol erklärt. Es besteht aus ungiftigem PVC und verfügt über einen rutschfesten Boden, damit ihr vierbeiniges Haustier jederzeit sicher im Pol bleibt. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Pol platzsparend zusammenklappen, ist sehr strapazierfähig und hat einen hellblauen Farbton, der angenehm fürs Auge ist. Wenn Sie es reinigen möchten oder nicht mehr benötigen, lassen Sie das Wasser einfach von den Seiten ab. Ein Ablassventil ist im Lieferumfang enthalten, trocknen Sie den Pol und bewahren Sie ihn in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche auf, bis Sie ihn wieder benötigen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Danke für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.